Soldato de Cruz? Werde ich jetzt schon erschossen? Na, heute ist wohl dein Glückstag. Vielen Dank, Mi Capitan, obwohl ich nichts getan habe. Du solltest eigentlich am Ebro kämpfen, doch sie haben dich 20 Minuten vor Beuro geschnappt. Komm schon, du hast dich eingeschissen und bist nach Hause zu deiner Mamita. Also werde ich doch verurteilt. Ja, und zwar als Feigling. Du kannst doch Auto fahren, oder? Ja klar, in Beuro haben wir... Ich wollte dir mal wissen, ob du Auto fahren kannst. Verzeihung, Mi Capitan, ja, ich kann Auto fahren. Das wollte ich hören. Dann fährst du mich jetzt zur sechsten. Zur sechsten? Aber das ist unmöglich, Mi Capitan. Wir werden es nicht lebend zurückschaffen. Würdest du lieber erschossen werden? Na ja, das ist fast dasselbe. Hast du eine Freundin? Sogar mehrere. Ich meine gute Freundinnen. Ja, eine in Beuro, zwei in Kambadus. Aber die in Beuro ist ein bisschen mehr als das. Also bist du Jungfrau. In Beuro sind wir alle Jungfrauen, Mi Capitan. Kannst du mit Waffen umgehen? Ist nicht so meine Stärke. Und was hast du für Stärken, Soldado? Gar keine fürchte ich, Mi Capitan. Mann, oh Mann. Nun gut, du ein Feigling, ich ein Anwalt. Zusammen ein ganz schön tödliches Kommando.